Oh, ich hasse es. Wenn nicht alles auf Anhieb klappt hier. So, jetzt wird durchgerusht. Ohne Rush, sondern mit... Okay, es geht nicht. Ich muss Anlauf nehmen. Schön. Schön, danke auch, dass ich das jetzt weiß. Dann nehme ich Anlauf. Ich mache das. Wusch. Ah, scheiße, mir geht die B-Bombe aus. Das ist schlecht. Für die Zukunft. Ah, das Ding fährt zurück. Wusch. Ah, fuck. Den habe ich ja voll vergessen. Oh, Mann. Hoppa. So, was mache ich jetzt? Ich benutze noch einmal die B-Bombe und sehe, was dabei rauskommt. Nichts Gutes bisher. So, dann werde ich jetzt... Bam. Und den mache ich platt. Und... Naja, okay, der wird weghauen. Äh, weg müssen. Oh, da geht's. Ah. Hilft mir nicht viel. Aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? So. Ich werde jetzt einfach mal dieses Me-Tool immer wieder töten. Um an das zu kommen, was ich haben will. Waffenenergie. Ah, geil. Das geht auch noch. Das funktioniert sogar. Äh, nein. Fuck. So. Jetzt weiß ich schon wieder, was kommt. Du Böser. Ey, noch mehr Waffenenergie. Schön. Aha. So. Und schön weiter. Hier. Ah, kommt da rein. Er kommt rein. Aha. So. Jetzt wieder den Buster ausrüsten. Boom. So, was kriege ich da? Oh. Schön. Das will ich haben. Brauche ich nicht mal. Aha. So, jetzt, jetzt habe ich die Taktik ausgereift. Für diese beknackte Stelle. Oh, bin ich gut. Oh, bin ich gut. Oh, bin ich krass. Ich habe den nächsten Dingsboss. Hier, Miniboss. Bam. Haha. Ja, okay. Mit dem kenne ich mich wieder aus. Und der ist auch nicht schwerer als sonst. Weil Superhero-Mode bezieht sich immer nur auf mehr Gegner. Aha. Trotzdem, ich könnte jetzt noch getroffen werden. Und das wäre nicht schön jetzt. So, für meine Quote. Au. So. Natürlich. Ich werde natürlich auch getroffen. Das war ja klar. Oh, der schon wieder. Ach, Mann. Ich hasse euch. So, jetzt wird es bestimmt wieder eklig. Oh, es ist eklig, meine ich. Es wird nicht nur, es ist. Wie soll der Kack denn gehen hier? Hm. So, wie geht es weiter? Hoppa. Oh Gott. Oh Gott. Ist das eklig. Ha, es fällt runter. Das ist schön. Das finde ich gut. Damit bin ich einverstanden. Kommt hier auch was raus? Nö. Aber sicher ist sicher. Hoppa. Oh Gott. Jetzt kommt wieder die schönste Stelle im ganzen Spiel. Oh, ich habe sie geschafft sogar. Wow. Ich will hier weg. Ich will, ich will weg. Wenigstens bis zu Jewel, man. Danach ist mir alles egal. Oh, fuck. Was mache ich damit? Also erstmal, um andere Gegner zu vermeiden. Das. So, wie jetzt? Wie jetzt? Ha, es klappt sogar. Wusch, wusch. Oh, fuck. Oh, fuck. Yeah, Alter. Ich bin gut. Ich bin der... Oh, ich bin der Überstecher hier. Oh, Mist. Komm, geh weg. Oh. Ja. Wie geronnen. Äh, so. Verbronnen. Was? Ach, egal. So. Äh. Was mache ich jetzt mit dir? Hm. Ich mache so. Oh, ich hasse diese Spinnen. Ey, da ist ja wieder einer von denen. Oh, wie ich es hasse. Ja, stirb. So. Oh, jetzt warte ich genau, bis er runterkommt. Und das kriege ich dafür. Oh, ich wette, da kommt nochmal so ein Vieh. Ich weiß es. Oh, ich habe es gewusst. Oh, ich habe es gewusst. Pass auf, ich mache dich kaputt. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin beim Boss. Jetzt. Äh, nein. Verdammt. Ich habe keine Bomben mehr. Der Kampf ist aussichtslos. Sorry, aber... Hier könnte ich mich auch gleich sterben lassen. Oh, ich sage ja. Oh, jetzt wird es hart. Oh, er schießt einen... Dings auf mich. Oh. Okay. Ach ja, übrigens hier die Boss-Taktik. Er springt, wenn ich springe. Ja, so viel dazu. So, jetzt werde ich also aufpassen. Äh, nicht die B-Bombe einfach nutzlos verwenden. Aufbrauchen. Nicht. Nö. Kein bisschen. Ich werde versuchen, hier ohne die B-Bombe durchzukommen. Au. Fuck. Ich stelle mich ja jetzt schon wieder bekloppt an, ey. Ah. Ich sterbe eigentlich... Oder nein. Ich kriege Schaden an allem, was hier so rumfläuht. Kreucht und fläuht. Kreucht und fläuht. Na komm. Na komm. Ja. Ja. Okay. Ich habe nichts zum Aufladen. War ja eigentlich klar. Weil es ist ja wieder neu. So, jetzt wird es nur... Wie mache ich das? Klappt der Swee-Shot? Nein. Tut er nicht. Aber... Ah. Das ist geil. Ähm. Macht zwar bei mir auch jetzt Schaden. Aber es ist geil. Also zumindest sieht es so aus, als ob ich da permanent von Schaden kriegen könnte. Aber trotzdem. Ich werde es drauf ankommen lassen. Das ist mir lieber, als wenn... Autsch. Geh weg. So. Jetzt warte ich, bis der wieder... runter geht. Nein, tut er nicht mehr. Tut er doch. Wenn ich hier stehe, geht er dann... Ja, er geht runter. Haha. Oh, ist das schön. Es gibt immer Alternativen. So. Auch für das wieder... Gibt es dies als Alternative? Ah, ich muss es nur treffen. Ha. Ich hab's getroffen. Und hab schon wieder ewig viel... Äh. Übelstlich viel Energie verloren. Ja. Und der da unten, der ist... Ah, für den hab ich was. Och, das macht gleich Spaß. Oh, macht das einen Spaß. Ja. Einfach ins Loch fallen lassen. Ich mag die Möglichkeiten, die man hier so hat. So. Jetzt. Dich hol ich mir. Und... Ja. Schön. Lebensenergie ist immer gut. So. Und... Hui. 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 Uiuiui. Nein! Oh, ist das... Oh, ist das eine Scheiße. Jetzt muss ich nochmal bis da hinkommen. Alter, es dauert doch schon so ewig. Äh. Was soll der Kack hier? Egal, ich hab Zeit. Bis Mittwoch. Oh, und ich hab kurz Lag gehabt. Oh, Mann. Was mach ich hier? Ich mach einen C-Shot. Ich mach meinen C-Shot. Ja, genau. So heißt das Ding. Nicht Concrete-Shot, sondern C-Shot. Ja. So. Oh, wieso vergesse ich sowas? Na komm. Haha. So. Äh. Was kam als nächstes? Es kam der schon, oder? Nein. Erstmal kommt noch so ein Ding. So. Jetzt... Aufladen und gleichzeitig... Haha. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Oh, fuck. Das hasse ich. Das hasse ich echt. So. Wieder den Trident ausrüsten. Denn... Der kommt. So. Jetzt mit dem... Es geht auch so. Ohne Probleme. Und du bist auch weg. Bah. Dich mach ich auch fertig. Und? Was lade ich auf? Natürlich C-Shot. Den brauch ich jetzt nämlich öfter. Wenn ich so machen will. Ah, ich will dich doch nur runterfallen lassen. Genauso. So. Jetzt wird's wieder ein Krampf werden. Glaube ich. Das nächste Stückchen dann... Ach, erst mal das hier noch. Upsa. Haha. So. Oh, Mann. Jetzt... Jetzt kommt der Krampf. Und... Hoppa. Und hoppa. Und... Heidi Witzka. Und... Rüber.